Moin moin, Schwenni wieder am Start. Wir sind heute wieder auf Tour Geocachen. Wir sind jetzt hier gerade mitten am Wasser. Hier hält auch unter anderem einer der ältesten Berliner Fähren von der BVG. Ja, sind wir ziemlich gespannt. Also im Hintergrund, ich zeige es euch gleich. Sehen wir sie noch mal ganz kurz. Da hinten kommt sie an. Das ist einer der ältesten Berliner Fährenstrecke. Weil abgelegt wird hier drüben. Hier drüben wird abgelegt und angelegt. Und die Endstation ist da drüben. Die sehen wir auch gleich, weil die Fähre da gleich andocken tut. Da drüben ist schon die Endstation. Also es ist wirklich nur eine Mini-Strecke. Aber was willst du machen? Boah, das ist einer der wenigen Döschen, die wir euch nicht zeigen werden, weil wir sonst spoilern würden. Ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Minuten verweilt, weil ich die Stelle einfach ultra cool fand. Wir haben das Döschen gefunden. Jetzt heißt es gleich, stempeln, loggen, Döschen wieder verstecken und dann geht es weiter zu Crash Nummer 2. Euch wollen wir das natürlich auch nicht vorbehalten. Also hier ist der Beweis, wir haben das Döschen wirklich gefunden. Wir haben jetzt nicht einfach nur heiß um den Brei geredet. Wir haben jetzt extra gewartet mit einem Eintragen und loggen, dass ihr das halt auch mitkriegt. Wir wollten euch das Döschen halt noch so als Sicht an sich zeigen. Aber wie gesagt, halt nicht die Position, wo es sich tatsächlich befindet. Das würde, nee, es muss nicht sein. Aber ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß. Ja, in knapp 200 Meter sind wir am Crash Nummer 2 angekommen. Ich hoffe, dass hier weniger Muggels langfahren, wie auch immer. Reisen werden wir auf jeden Fall. Sollte es wieder so eine cooler Spot sein, wie gerade eben, wenn wir euch den auch nicht zeigen, wo sich der Cache befindet. Weil, wir wollen nicht spoilern und so, ihr sollt selber suchen. Die Stars Ananas. Ähm, ja, denn melden wir uns gleich zurück. Ja, Satz mit X, das war wohl nichts. Den zweiten Cache können wir nicht machen. Warten erforderlich, also sprich mit Warthose besitzen wir noch nicht. So weit ist unser Equipment noch nicht. Ähm, ja, egal. Wir laufen jetzt zum dritten Cache. Den markieren wir erstmal leider als DNF. Also wir müssen hier auf jeden Fall nochmal her. Ich will den haben. Früher oder später. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt gleich am dritten Cache angekommen. Mal schauen, ob wir diesen erreichen werden können, machen tun sollen, wie auch immer. Ich mache nochmal jetzt nur das Kantenblick auf die App. Ein Häuschen steht im Walde. So schimpft der Kleine sich. Dann gehen wir jetzt nochmal hier längs. Und dann müssen wir gleich nach links in die Pampa. Ihr seid mit dabei. Dadurch, dass es ja so ein schöner Pampa Weg hier ist, wird das ziemlich lustig. Wir haben das Döschen gefunden. Wir haben uns mal schnell eine Konstruktion gebastelt, damit wir an das Döschen rankommen. Und ja, gestempelt ist schon. Loggen tun wir auch gleich. Jetzt heißt es, jetzt wieder das Döschen verstecken. Und dann hoffen wir, dass es mich aushält. Versteckt ist es. Ja, ich habe gerade in unsere bezaubernde App geguckt. Und, wer kennt das Lied nicht? Alle hassen es, vermutlich ich nicht. Ich drehe mich dazu mal kurz um die Sonne. der neue Cache, den wir jetzt machen. Von den 2, 5, 7er, ich und mein Holz. So, ich und mein Holz hat leider nicht geklappt. Ich habe keine Lust, wirklich so ein Makro-Teil zu suchen. Mitten im Wald, im Gebüsch. Das ist, keine Ahnung, Pinzette ist empfohlen. Ja, nun ist die Frage, muss man das irgendwo aus der Baumbrinde rauspulen? Ist dann ein kleines Loch im Boden? Ich habe keine Ahnung. Da gehe ich mit noch ein bisschen Mailer noch mal hierher. Und dann, ja, würde hoffentlich gefunden. Hoffentlich dann auch als etwas größeres Team. Wir gehen jetzt zum fünften und letzten Cache für heute. Und dann melden wir uns gleich wieder. Das war jetzt der fünfte und letzte Cache, den wir nicht gefunden haben. Wir haben zwei gefunden, drei nicht. Schlechter Durchschnitt. Also, wir könnten jetzt eventuell den letzten noch finden. Es ist jetzt gerade so, es steht in der Sterne. Aber, und da hinten sitzt, mitten im Büsch, eine jugendliche, oder Erwachsene, ich kann es nicht genau urteilen, es ist nur von hinten. Personen, ja, und da, wo die Person sitzt, soll auch der Cache sein. Also, das ist ja ziemlich unmöglich, irgendwie. Ja, das war es mit unserer Runde heute. Ich hoffe, ihr nehmt uns nicht allzu übel, ja, dass das heute so dumm gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Können wir nicht ändern, aber, unterstützt uns weiterhin, mit Likes, Kommentare, Abos, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.